Derzeit bei der argentinischen Nationalmannschaft für die Frauenweltmeisterschaft hat sich Jamila Rodriguez bereits durch ihre sportlichen Leistungen ausgezeichnet. Aber in ihrem Land wird Jamila nicht so sehr geschätzt. Sie wird kritisiert, ja sogar aus Gründen gehasst, die nichts mit ihrem Spielniveau zu tun haben. Rodriguez gibt offen zu, Ronaldo im Gegensatz zu 99% ihrer Landsleute Messi vorzuziehen. Die 25-jährige Spielerin hat zwei Idole, die sie verehrt. Diego Maradona und Cristiano Ronaldo. Diese Liebe hat sie mit zwei großen Tätowierungen auf ihrem linken Bein symbolisiert. Warum Cristiano und nicht Messi? Das ist die Frage, die jeder an die Spielerin stellt.